also da bin ich wieder und scheint nun noch black da so sein oder die berat ich oder bibel ist halt gerade so initiativ das aufgelistet wird ja bin ich wieder so wir du wirst mit mir wir wechseln jetzt rüber zum bg mecker volks ist muss ich mal kurz starten weil ich will das spiel nämlich nicht unbedingt im normalen motor spielen weil das ist nämlich auch nicht gerade gebalanced von daher so ach so wir jetzt das bei sehr gut da kommen die zuschauer liste oder auch nicht ob das keine ahnung keine ahnung der wir bekanntlich aufgeführt was wieder da ist na gut leute das ist das falsche spiel project ist alt so machen dann das spiel starten so das muss ich glaube ich noch hinzufügen erziehen gleich mal Das ist nicht so leicht. Die Qualität ist in der Zwischenzeit. Das ist ja nicht so, glaube ich. Naja, das wird sich halt irgendwann mal rein. Das ist jetzt eigentlich noch da. Mach mal bitte, mach mal bitte meldung. Keine Eckektion kam von wegen. Ja, 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 ja. Das kann den Schlappern ja im Dreieck oder so. es wird mit mir nicht da ist da kann kein kein das wir machen das aber so ein bisschen ähm ähm ach warte mal es ist noch zu laut was habe ich dafür nein ich wollte es nicht stumm machen nicht versteht da kann man natürlich auch nicht sagen da bitte ich muss eigentlich nur leise haben und prozent sollte ist er sollte wenn ich auch wieder verstehen können ich habe gefragt wer ist eigentlich noch da durch das ich nur als training gemacht habe hat die lautstärke angepasst also bleibt müsste eigentlich noch da sein wenn er sich meldet aber bübel ist nicht da mein baby barbie busch da liegt da nicht gehen wieder zurück gleich kriegt man da eher mit ich habe übrigens ja ich habe hier noch ein spielstand also ich glaube das müsste sogar der sein der ich glaube das ist so der neueste oder das ist mein eigenes spiel in dem ich schon seit 2007 oder so arbeite also ähm momentan arbeite ich nicht dran weil ich habe zwar eine demo fertiggestellt aber da war das problem dass ich kein schwein für den beta test gemeldet hat da das spiel sowieso nur mittelmaß ist höchstens vielleicht sogar ein bisschen schlechter weil ich kein guter epg meckerer bin weil da am anfang wird man das das ist der anfang von noch von keine ahnung 2011 10 oder sowas ich habe sehr lange gebraucht bis sich das überhaupt mal großartig demo reif gemacht haben ein epg hat einen coolen anfang ja das kann man selber am wenigsten beurteilen weil ich finde das spiel gar nicht so schlecht andere sagen das spiel ist totaler rotz unter anderem zum beispiel mr prinz der das mal angespielt hatte ich würde mal sagen wir fangen an und lasst das spiel einfach mal auf euch wirken allein schnappen ist naja du solltest jetzt wirklich schlafen junge morgen mit einem anstrengender tag denn das ist nämlich schon eine überschrechte anspülung es ist nur wenigstens noch eine geschichte es ist doch mal ein buch ich bin selber müde und werde jetzt schlafen gehen ach mello na gut schlaff gut mein junge du auch großvater ja lang der anfang ist schon ja das ist übrigens alles der ep3 musik ich hatte eigentlich ursprünglich geplant wie die musik zu benutzen da war aber das problem dass die teilweise leiser war glaube ich weil ich dann falschen fonds sound von genutzt habe naja muss ich jetzt wirklich dann muss ich jetzt was dann muss ich wohl wirklich mal hier sind ich kann mich übrigens nicht sonderlich mal gut dran erinnern ich kann nur ein paar sachen erinnern aber nicht mehr an alles ich weiß nur die grob denen den ablauf wo wir hin müssen überall weil das spiel ist das hat wirklich sehr viel sagt wenn wir die aufgast machen würden da werden wir glaube ich haben von zwei stunden durch mit zeigt jetzt ist das spiel achteinhalb stunden oder so lang was sagen wir denn hier wenn man gold zum geld macht leben im mehr nein danke geschichtsschreibung das geschichtsschreibung edens na gut sonst ist ja nichts besseres hier ja weiß ich was wir beim intro gedacht haben es gab noch eine version also das ist jetzt schon die zweite version von brokenverse es gab vorher noch eine version dabei anfangen noch ein bisschen beschissener da waren wir irgendwie so ein gasthaus und da wurde irgendwie auch die story erzählt weil die story von die komische welt hier entstanden ist naja wie jeden entstanden ist ja die schrift ist irgendwie verdammt klein das ist glaube ich times new roman oder areal oder sowas wie jeden entstand und die editor der textbox ist mal wieder nicht benutzt worden da haben wir sich festreißen wie einen ablachen glaube ich wie jeden entstanden ist das wissen heute nur noch die wenigsten es gab einmal eine zeit da war nicht so friedlich wie heute eine zeit der unruhen eine zeit der beben eine zeit er hatte einmal eine zeit eine zeit in der das böse in vier verschiedenen welten regierte der welten ein stück speichern für den betatest bekommst du nun den test test super duper mega stellen um den heilstein aber nur in der gefälle benutzen mal kein kämpfe immer wiederholen ja das ist wirklich nett von dir mario dass du mich begeistert ist ja man merkt das ist keine fertige demo version das ist noch die beta test version ich kenne mich mario nicht ich kann ja die indischen akzent das mache ich doch gerne außerdem verhindere ich so dass sich jemand nun empführt das klingt irgendwie so ein italischer mafios nicht aus oder so na gut ach mario ich kann mir dafür immer noch am wenigsten stellchen lacht stellchen ja ich könnte gemeint sein und sagen dass du unfähig bist aber das mache ich nicht und könnte dich da mit 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 beton an den füßen in diesen teuchler schmeißen er ist war nur einen halben meter einen halben meter tief und du wirst uns hier trinken aber egal ich bin mario mario also wirklich na komm lass uns weiter gehen bis knospen statt ist es nur ein leichter weg brennt das sind na gut auf geht's auf geht's die ich bekleide dich nun du kannst aber analyse analysieren ach nee und steile fallen ins wasser wenn man sich hinein wirft zudem kam ein schiff zu rennen außerdem kann manche tun mit dem manche türen nur mit der aktions knapp von ihm benutzt werden dies ist besonders der fall wenn er haben immer wieder immer verlassen wird dass dieses besonders der fall wenn der raum immer verlassen werden würde tuten tun wenn die tür automatisch mal überlaufen benutzt werden würde ja schön so das ist das menü und es ist verdammt noch mal groß mario kleppner level 1 peach prinzessin level 1 ap mp level up items okay item buffer rüstung items fett kam schluss item alle alle kaler pilz die niedrigste form der heiligen stelle der kästchen pilzwelt das ist das ist übrigens wegen der schriftart weil diese schriftart die lehrzeichen irgendwie darstellt ich habe keine ahnung wieso habe ich alle um bis 15 prozent das ist ja wirklich viel nicht leider sterne diese stellen sollen in der nage sein kästchen gefallen ja zum leben und zerwecken testen wollte man mega stein solltest du dir seiten sein business haben hast du einen back gefunden oder schüttest tötet alles das ist in dieser satz der erste der ist übrigens so eine anspielung in fantasy 2 weil da gibt es den ich glaube der hieß killer bogen oder sowas und wenn man den sich ins eventar schüttet weil das ein dummy item ist steht da genau das muss halt auf englisch auf deutsch nach welcher man hat da stehen glaube ich ich für haftest item you have found the back war hacker hat keine ahnung wie man es dann ausspricht heilstein hat alles ja eben das spiel die belang das balance ist nämlich etwas naja und jetzt hier ja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 waffen arten marios waffen augumanns waffen gar um uns auf nintens waffen satoshis waffen kitz waffen waffen für alle waffen alle ja rüstung hier dasselbe bloß dass es nur accessoires gibt und das spiel ist übrigens ja das spiel ist übrigens wie nennt man das crossover crossover zwischen super mario pokémon digimon unten aber eins allgemeinbar war nicht immer war ein solches spieler auch zum beispiel die das sollte vorkommen eigentlich so fälligkeiten was haben wir alles haben wir auch schon marios fälligkeiten fähigkeiten von büchern lasst zwei fähigkeiten und fähigkeiten waffen fähigkeiten marios fähigkeiten schutzweih macht mario für fünf runden unbesiegbar zum schlag schlägt ein gegner mit voller wucht ja zum schreibe fähigkeiten schütt an den fähigkeiten von einem gegner ja einmal mal mal ich kann ja mal kurz eben sichern dann muss ich das also nochmal einstellen aber scheiß drauf jetzt mal kurz das ist schön